Hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Es ist mal wieder Zeit, sich durch eine der vielen, vielen Studien zu arbeiten. Diesmal ist es allerdings eine relativ kurze, aber nichtsdestoweniger sehr, sehr wichtige Studie. Und zwar geht es um das Thema, ihr seht es hier, Stand und Perspektiven des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien aus der Elektromobilität. Und ich finde das ganz interessant, weil diese Studie, die habe ich heute bekommen und gelesen. Und ich habe vor, würde man sagen, vor zehn Minuten hier diese Information bekommen, diese Erneuerung, dieses Update auf der Webseite von Solomotors, bei der Sie auch im Prinzip auf dieses Thema eingehen. Nämlich, da geht es um Kobalt. Und Kobalt ist ja einer der umstrittensten Werkstoffe im Bereich der Elektromobilität. Eigentlich müsste man es ausweiten. Es ist sowieso ein insgesamt sehr umstrittener Werkstoff, denn Kobalt ist ja nicht nur in Batterien drin, die für Elektromobilität verwendet werden, sondern Kobalt ist ein Werkstoff, der in allen möglichen Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, für alle möglichen Arten an Anwendungen. Wir haben darüber ja auch schon berichtet. Checkt man unser Video zu dem Thema, wo ich mal zusammengetragen habe, wie viele batteriegestützte Geräte man eigentlich inzwischen schon zu Hause hat, wo überall Lithium und Kobalt verwendet werden. Und wir haben schon oft darüber diskutiert. Und klar, wenn man diese Bilder sieht und wenn man diesen Bericht hier auf Solomotors sieht, dann ist es klar, das ist ein Thema, um das man sich kümmern muss. Und deswegen ist das Recycling von diesen Werkstoffen und Wertstoffen vor allem, die in den Batteriezellen vorhanden sind, ein wirklich ganz, ganz wichtiges Thema. Übrigens ist das eins der häufigst genannten Themen in den Kommentaren zu all unseren Videos, wo es immer wieder darum geht, ja, aber die Rohstoffe und wie ist das mit dem Recycling und so weiter und so fort. Und es ist gut und richtig, dass wir uns darum kümmern. Das ist eine unserer Aufgaben hier auf unserem Kanal. Lasst uns mal in diese neue Studie vom Öko-Institut gucken. Diese Studie ist am 24.08.2020 erschienen. Sie ist also sehr, sehr neu und sie befasst sich mit dem Thema, welche Recyclingmöglichkeiten gibt es für diese Rohstoffe, wo steht man da und wo muss man vor allem hin. Und es geht eigentlich in dieser Studie, ich roll mal durch, wundert euch nicht, das ploppt immer hier so ein bisschen auf zwischendurch. Es dauert immer einen Augenblick, bis sich die Seiten hier aufgebaut haben. Hier ist immer das Inhaltsverzeichnis. Die Studie ist gar nicht so lang, es hat nur 15 Seiten. Ich roll mal hier jetzt gleich auf die erste Textseite weiter. Die ersten Seiten sind erstmal leer. Ein Glück, dass ich das nicht irgendwie ausgedruckt habe. Und zwar, ja, strategische Relevanz des Recyclings. Strategische Relevanz, das sagt eigentlich schon eine Menge aus über das gesamte Thema dieser Studie. Es geht nämlich in dieser Studie nicht nur darum, welche technischen Möglichkeiten gibt es, die Rohstoffe aus Lithium-Ionen-Batterien zu recyceln, sondern welche strategische Relevanz steckt dahinter. Und diese strategische Relevanz, da kommen wir am Ende nochmal zu, die ist wirklich ganz, ganz besonders wichtig. Nicht nur, wenn es darum geht, diese Themen wie Gerechtigkeit und Kinderarbeit deutlich besser in den Griff zu bekommen. Also, ich habe es hier mal gelb markiert. Der erste Punkt, der hier gesagt wird, die strategische Relevanz eines hochwertigen Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien wurde in Deutschland sehr, sehr früh schon erkannt. Das ist gut, das ist sehr gut, dass man sich darum spätestens seit 2009 um dieses Thema kümmert. Es geht also letztlich darum, die Versorgungsroute für diese besonders wichtigen Elemente wie Lithium und Kobalt in Zukunft sicherzustellen. Nicht nur das, sondern damit auch eine gute Umweltbilanz und vor allem gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, die möglichst überall auf der Welt europäischen Rechtsnormen entsprechen sollen. Das ist im Moment noch nicht der Fall, muss man ganz klar sagen. Da sind wir noch nicht, aber da müssen wir definitiv hin. Denn dieses Thema Recycling von Lithium-Ionen-Batterien hat auch neulich eigentlich erst oder relativ kurzfristig erst eine neue Relevanz oder eine zusätzliche Relevanz bekommen. Sie ist nämlich auch Teil des European Green Deals, der sich mit dem Thema saubere Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Und dieses Thema Kreislaufwirtschaftsgesetz wird ja auch im Moment in Deutschland sehr heftig diskutiert. Ich finde es gut, dass es viele, viele auch sehr, sehr große Unternehmen gibt, die definitiv hinter dem Thema Kreislaufwirtschaft stehen. Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass man als Verbraucher die Möglichkeit hat, zurückzuverfolgen, woher kommt mein Produkt und unter welchen Bedingungen ist es entstanden. Das klappt ja heute schon ganz gut beim Fleisch und bei den Eiern zum Beispiel. Das lässt sich zurückverfolgen. Das sollte aber natürlich ausgedehnt werden. Es gibt allerdings auch, muss man klar sagen, Hersteller von allen möglichen Produkten, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, was ich sehr, sehr schade finde. Denn es kann eigentlich nur gut sein für ein Unternehmen und für dessen Image, wenn es nachweisen kann, woher kommen eigentlich die Produkte. Und vor allem sind diese ganzen Anforderungen, die wir haben, eigentlich weltweit eingehalten. Der Boom der Elektromobilität, hier spricht man jetzt von 2019, der ist sehr, sehr deutlich in der Europäischen Union. Guckt euch mal hier die Wachstumszahlen an. Also bei den batterieelektrischen Fahrzeugen von 2018 bis 2019 plus 80 Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden waren es 7 Prozent. Bei den Hybridfahrzeugen ohne Lademöglichkeit 50 Prozent Wachstum. Das ist also wirklich schon sehr, sehr massiv. Und diese Zulassungen, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, die explodieren ja geradezu. Wir stehen ja auch kurz vor dem Punkt, dass jetzt VW ausliefern wird, den ID.3. Und ich glaube, das wird gerade so zum Ende des Jahres hin nochmal einen ganz, ganz, wirklich ganz, ganz kräftigen Schub geben. Das heißt, die Perspektive bis 2030, sieben bis etwa zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen zu haben, in Deutschland halte ich im Moment definitiv wirklich für realistisch. Und ich hatte es ja auch schon, oder wir haben es ja auch schon in Videos und Sendungen zum Thema mit dem Strom. Also Stromnetzausbau, Erzeugungskapazitäten, Netzplanung darauf hingewiesen, dass also die Netzbetreiber in Deutschland sogar mit mehr als zehn Millionen Elektrofahrzeugen auf den Straßen rechnen, weil das wird irgendwann so ein Dominoeffekt, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Gehen wir mal weiter in der Studie durch. Ich habe die wesentlichen Dinge hier mal in gelb markiert. Die strategische Relevanz kann man also in vier Punkten zusammenfassen. Der erste Punkt ist schlicht und einfach die Bereitstellung dieser Schlüsselmaterialien. Also ohne Lithium und Kobalt, aber auch Nickel, lassen sich nun mal keine entsprechenden Batterien herstellen. Die Europäische Union muss unabhängiger werden von außereuropäischen Quellen. Das ist klar, wenn Elektromobilität ein zentraler Punkt ist, dann muss man auch sicherstellen können, dass man die entsprechenden Komponenten hier herstellen kann, ohne zu sehr abhängig zu sein. Wir sind natürlich massiv, wir kennen diese Abhängigkeiten, zum Beispiel beim Öl oder aktuell beim Thema Gas Nord Stream 2. Und deswegen finde ich es gut, dass man hier sagt, okay, wir sollten versuchen, wirklich bei diesen Schlüsselelementen möglichst unabhängig zu werden. Wir werden nie ganz unabhängig werden, das denke ich mal, aber wir können die Abhängigkeit zumindest sehr, sehr stark verringern. Dann ist klar, es wird hier ein neuer Hightech-Zweig aufgebaut und der soll von Anfang an nach Möglichkeit als Kreislaufwirtschaft ausgestaltet werden. Das ist ganz wichtig. Maßgebliche Impulse und Innovationen sollen aus Deutschland kommen. Finde ich auch sehr gut, dass das drinsteht. Ich hoffe, das kommt auch bei denen an, die mit dem Thema beschäftigt sind. Und ein mittel- bis langfristiges Ziel, und das finde ich natürlich genauso gut, ist, dass man daran denkt, das Technik-Know-how, was man gewinnt, auch exportieren zu können. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es bringt ja nur nichts, wenn wir in Europa alleine diese Technologien aufbauen und für uns nutzen und von diesem Know-how nicht profitieren. Also der Verkauf letztlich und die Weitergabe von Know-how kann auch nur sehr, sehr gut sein. Dann geht es im zweiten Kapitel um den technologischen Stand. Wo stehen wir also heute beim Recycling von Lithium-Ionen-Batterien? Wir haben inzwischen eine sehr starke Dominanz von den sogenannten NMC-Zellen. Das sind also Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen, die in praktisch allen Fahrzeugen eingesetzt werden. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung oder zur Diversifizierung. In Hausspeichern werden Lithium-Eisenfortfahrt-Zellen eingesetzt, im Auto also Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen. Und im Gegensatz zu, das finde ich sehr gut, dass Sie es sagen, im Gegensatz zu tragbaren Batterien, also wie zum Beispiel hier im Smartphone oder im Tablet hier zum Beispiel, da sind in den Lithium-Ionen-Batterien in den Autos natürlich und zwar bis zu etwa 40 Volumenprozent auch noch weitere Komponenten enthalten und die man sich beim Thema Recycling natürlich genauso kümmern muss. Also da haben wir zum Beispiel die Batteriegehäuse, die Kabel, die Elektronik des Batterie-Management-Systems, Schrauben, Kunststoffteile, alles Mögliche, was da verbaut wird. Das gehört genauso zum Recycling von Antriebsbatterien wie jetzt die Zelle und die Materialien in den Zellen an sich auch. Es gibt verschiedene technologische Verfahren, das zu machen und es gibt vor allem verschiedene Schritte dabei, die dabei durchgegangen werden. Der erste Schritt ist klar, das ist natürlich immer erstmal die Demontage aus dem Auto. Das ist schon mal ein Prozess, für den man speziell ausgebildetes Fachpersonal braucht. Also gerade immer, wenn wir im Thema Elektromobilität sind und gerade uns auch vorgehalten wird, ja, aber durch Elektromobilität, da gehen Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren. Das Thema Recycling ist ja ein maschinenbautechnischer Prozess, bei dem wir Fachkräfte brauchen und bei dem auch wieder Arbeitsplätze entstehen können. Also das nur mal an die, die immer behaupten, es gehen so viele Arbeitsplätze verloren. Die ausgebauten Lithium-Ionen-Batterien werden dann zu den Demontageanlagen transportiert im zweiten Schritt. Dabei müssen sie natürlich entsprechend transportiert und gelagert werden. Und zwar müssen diese entsprechend sicher gelagert werden. Sie werden eventuell vorher entladen. Ihr werdet aber nachher noch sehen, häufig werden tatsächlich auch schon die verbleibenden Restkapazitäten in den Batterien genutzt für den eigentlichen Recyclingprozess, was dann letztlich wieder positiv für die Ökobilanz ist. Bestimmte Komponenten, die ich eben angesprochen habe, wie eben das Gehäuse, die Kabel, die Batteriemanagementsysteme und so weiter, das muss alles entfernt werden. Das ist klar. Das ganze Ding wird also komplett auseinandergebaut. Das heißt, das Ökodesign, wenn man so eine Batterie baut, ist ganz, ganz wichtig. Also Ökodesign heißt ja immer beim Bau, bei der Planung schon wieder an das Recycling denken. Und diese Komponenten, also diese, sagen wir mal, einfachen Komponenten, wie zum Beispiel Stahl oder Aluminiumkunststoffe, die werden dann den bereits bestehenden konventionellen Recyclinganlagen auch schon zugeführt. Also Teile werden also auch heute schon problemlos, können heute schon problemlos recycelt werden. Ja, dann ist natürlich zu beachten, dass in solchen, beim Demontieren der Anlagen natürlich die Arbeiter geschützt werden vor entsprechender Freisetzung von schädlichen Lösemitteln zum Beispiel oder auch für Wasserstoffen, die in den Elektrolyten enthalten sind. Da muss man aufpassen. Das ist klar. Das ist also wieder was für hochqualifizierte Arbeitsplätze. Aber auch diese Arbeitsplätze müssen ja auch erstmal eingerichtet werden. Das ist wieder was, wo Arbeitsplätze entstehen. Und diese einzelnen Zellmodule werden dann entsprechend sicher verpackt und entsprechend zu den Recyclinganlagen transportiert. Und dann gibt es drei verschiedene Varianten. Dazu kommen wir jetzt, die Module zu recyceln. Hier das Ganze nochmal in dieser Grafik dargestellt. Nämlich wir haben einmal oben, LEB steht für Lithium-Ionen-Batteriemodul. Also die Entnahme aus dem PKW, der Transport, das Entladen und Zerlegen. Dann der Transport der einzelnen Module. Und dann gibt es im Moment drei Möglichkeiten, diese Batteriemodule zu recyceln. Und zwar hat man hier den Blick vor allem auf Kupfer, auf Nickel und auf Kobalt. Und was ist mit Lithium, werdet ihr fragen. Das ist immer so ein Thema. Lithium steht also tatsächlich im Moment nicht im Fokus des Recycling-Prozesses. Das liegt letztlich auch am Preis. Allerdings steht auch hier, dass die Rückgewinnung von Lithium wegen künftig stark steigender Mengen, also hier steht Volumina, also sprich Mengen, sehr stark an Bedeutung gewinnen wird. Also dieser Wahrheit müssen wir ins Auge blicken. Lithium steht im Moment definitiv nicht im Fokus des Recyclings. Das hat aber eben auch was mit dem Thema, wie viele Batterien kommen überhaupt zum Recycling zu tun. Zurück zu den drei Arbeitsschritten hier als Grafik dargestellt. Ich überspringe das jetzt aber mal, weil das ist doch recht kompliziert und komplex. Ich versuche es mal in einfachen Worten und in wirklich sehr, sehr stark gekürzter Form zu beschreiben, was man da immer machen kann. Also die sogenannte erste Route, also der Weg des Recyclings, die erste Route ist die pyro-metallurgische Route. Das heißt, hier wird also tatsächlich das Batteriemodul thermisch behandelt und durch diese thermische Behandlung kann man dann die entsprechenden Rohstoffe wieder gewinnen. Das ist also die pyro-metallurgische Route, die man dort geht. Hierbei werden zum Teil auch heute schon die elektrische Restenergie genutzt, um auf die entsprechenden Temperaturen zu kommen. CO2, was dabei entsteht, wird in die Umwelt entlassen. Naja, ist wahrscheinlich nicht anders machbar. Solche Produkte oder dieser Vorgehen, diese Route, wird seit 2017 von der Firma Jumicor in Belgien entsprechend schon durchgeführt. Und die sind auch inzwischen schon dabei, das Lithium in Teilen zurückzugewinnen, aus der Schlacke, die dabei entsteht. Allerdings gibt es dafür keine weiteren Informationen. Also man ist dabei und bei Jumicor konnte man vor einigen Monaten eine Pressemitteilung lesen. Ihr müsst mal gucken, ob ihr die findet, dass sie einen Vertrag geschlossen haben mit Audi zur Rückgewinnung von etwa 95 Prozent der Rohstoffe in den Batterien. Das ist doch schon mal eine sehr positive Aussage. So, der zweite Weg ist die sogenannte mechanische Behandlung. Hierbei werden die Batteriemodule letztlich geschreddert und dann entsprechend die einzelnen Komponenten dort wieder zurückgewonnen. Und der dritte Schritt, und das scheint der zu sein, der im Moment am vielversprechendsten ist, ist sozusagen die Kombination aus beidem. Das heißt, die Batteriezellenmodule werden zuerst thermisch behandelt und danach erst geschreddert, was unter anderem dazu führt, dass man eine bessere Trennung der einzelnen Rohstoffe damit erreichen kann. Ja, über das Recycling von diesen Nebenstoffen, die man dort hat, also zum Beispiel für das Batterie-Packaging außenrum, also Stahl, Aluminium, Kupfer bei den Kabeln, habe ich schon entsprechend gesprochen, ist hier auch nochmal entsprechend aufgeführt. Das ganze Dokument ist mal verlinkt. Ihr könnt da nochmal ein bisschen genauer reingucken, wie das alles funktioniert. Was ich sehr gut finde, ist, dass hier auch nochmal darauf hingewiesen wird, auf die Problematik der Selbstentzündung der Zellen, was natürlich bei einem Recycling-Prozess, wo man, ich will jetzt nicht sagen, ruppiger vielleicht mit den Zellen umgeht, aber wo man eben an diesen Zellen rumarbeitet, um das mal so zu sagen, schreddern zum Beispiel, muss man natürlich aufpassen, dass es zu keiner Selbstentzündung der Zellen kommt. Und entsprechende Vorkehremaßnahmen müssen entsprechend getroffen werden, damit das nicht passiert. So, und ja, wo steht man denn jetzt eigentlich in Europa? Das finde ich eigentlich ganz interessant hier. Es ist also so, dass man im Moment tatsächlich sehr überschaubare Mengen an rücklaufenden Lithium-Ionen-Batterien aus Autos hat. Hier geht es ja hauptsächlich um den Bereich PKWs. Und insgesamt halte ich persönlich auch, dass die Quoten, die für Lithium-Ionen-Batterien überhaupt im Moment existieren, mit 50 Prozent für viel, viel zu gering. Hier müsste man viel, viel höhere Quoten ansetzen. Das heißt, wir haben im Moment maximal in Europa vierstellige Tonnenbereiche, in denen Lithium-Ionen-Batterien recycelt werden können. Das wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr stark zunehmen. Und von daher müssen dann auch entsprechend die Recycling-Möglichkeiten bis dahin entsprechend aufgebaut sein. Hier wird auch nochmal deutlich gesagt, dass die Rückgewinnung von Lithium und auch Grafit dann auch deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Wie gesagt, das Recycling ist ja eine Möglichkeit, was man mit den Batterien macht, wenn sie im Auto nicht mehr einsetzbar sind oder nicht mehr eingesetzt werden sollen. Eine andere Möglichkeit ist das Second-Use. Aber das ist noch nicht standardisiert und deswegen ist es schwierig, darüber Aussagen zu machen. Man geht also davon aus, mit einer Batterie zu recyceln. Ob sie jetzt aus dem Second-Use kommt oder ob sie direkt aus dem Auto kommt, spielt jetzt dabei dann erstmal keine große Rolle. Die heute vorhandenen Recycling-Routen, die man hat, sind also in der Lage, das fand ich sehr positiv, mindestens 90 Prozent an Stahl, Kupfer, Nickel- und Kobalt-Verbindungen aus den Batteriezellen wieder zurückzugewinnen. 90 Prozent, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wenn man das mal vergleicht mit der Recycling-Quote von einem Liter Benzin, der verbrannt wird, die bei 0,0 liegt, dann ist das doch eigentlich hier sehr positiv, wenn man schon mal mindestens 90 Prozent der Rohstoffe heute schon zurückgewinnen kann. Technisch geht das also. Das heißt, es fehlt an Kapazitäten, die natürlich auch dann erst entstehen. Logisch, das ist eine wirtschaftliche Geschichte, wenn entsprechend viele Batteriezellen wieder zurückkommen. Es gibt dann auch ein europäisches, spezielles europäisches Projekt dazu. Das nennt sich Mercator. Das ist in dieser Studie auch nochmal hier in der Abbildung 3 nochmal aufgeführt. Könnt ihr euch dann, wenn ihr Lust habt, dann auch nochmal ein bisschen genauer angucken, wie das läuft. Und jetzt kommt eigentlich, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich der Ausblick. Und zwar geht es letztlich darin, wo geht es hin? Und es ist ganz klar, es wird auch in dieser Studie hier gesagt, es geht ganz klar in Richtung Elektromobilität. Und ihr wisst ja, dass selbst in Wasserstoff, also in Brennstoffzellenfahrzeugen auch Batterien eingesetzt werden. Also wir kommen um dieses Thema Batterien nicht herum. Und der Bedarf an Batteriezellen, könnt ihr hier sehen, der wächst also enorm. Es sind hier mit 2DS und B2DS in verschiedene Szenarien aufgeführt, wie stark man jetzt die Erderwärmung in den Griff bekommen möchte. Und das B2DS ist das deutlich ambitioniertere Ziel. Und da seht ihr auch ganz deutlich hier 2030 und vor allem dann der Sprung zu 2050. Da nimmt der Bedarf also an Speicherkapazität hier in Gigawattstunden dargestellt brutals zu. Gerade bei den PKWs. Bei den LKWs auch, aber bei den PKWs also wirklich in Größenordnungen bis 2050. Und dementsprechend muss man natürlich a. die Rohstoffe sicherstellen und b. auch das Recycling entsprechend sicherstellen. So, und der Rohstoffbedarf, das ist dann logisch, dass der Rohstoffbedarf an Lithium zum Beispiel und am Kobalt, hier als gelbe Balken dargestellt, natürlich auch entsprechend massiv ansteigt. 2030, 2050 nimmt das also wirklich in Größenordnungen zu. 2030 liegt man dann hier beim Lithium in diesem B2DS-Szenario. Also das ist das ambitioniertere Szenario. Bei 200, von 200.000 Tonnen geht das dann rauf auf rund 600.000 Tonnen. Wobei das stimmt nicht, das ist falsch. Das geht sogar noch höher, nämlich auf über eine Million Tonnen. Aber der gestrichelte Bereich bezieht sich immer auf die Recycleten, auf den Anteil der Recycleten Materialien. Und hier in dem etwas anderen Szenario ist es ein bisschen weniger. Nickel genau das Gleiche. Und diese Grafiken zeigen eben, da steht hier nochmal drin, dass der Rohstoffbedarf eben wirklich enorm ansteigt. Und hier steht auch nochmal, die schraffierten Teilsäulen sind die Anteile, die man über das Recycling wieder in den Produktionsprozess einführen kann. Das heißt also, man geht hier schon, ich zeige euch das nochmal hier zum Beispiel am Lithium oder auch am Kobalt, könnt ihr hier sehen, oben Lithium, unten Kobalt. Nochmal sehr deutlich, dass wir doch wirklich so im Bereich von 40 bis nahezu 50 Prozent des Bedarfes über das Recycling wieder gewinnen können. Heißt natürlich auch, es wird immer noch sehr viel Neumaterial benötigt. Und das bedeutet natürlich, und damit sind wir wieder bei dem Thema, mit dem wir eingestiegen sind in dieses Video, hier mal am Beispiel von Kobalt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo und wie wir dieses Material gewinnen. Und ja, mit diesem Bild hier lasse ich euch jetzt mal sozusagen alleine über dieses Thema nachzudenken und mal zu überlegen, das ist ja zumindest so ein Ansatz, den ich immer habe. Muss es wirklich das Elektroauto mit der größten Batterie sein oder reicht da nicht auch vielleicht ein bisschen was Kleineres? Whatever, ich bin gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema. Bin sehr gespannt, freue mich auf die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken, abonniert doch einfach mal bitte unseren Kanal, wenn ihr an solchen Informationen interessiert seid, denn davon gibt es bei uns immer eine ganze Menge.